Was hat mich der Eingangsbereich der Denta Prime Klinik beeindruckt? Die haben sehr auf mich aufgepasst. Ich bin Angstpatientin. Die waren sehr vorsichtig, was mir sehr, sehr gut geholfen hat, mit meiner Angst umzugehen und einfach ein bisschen relaxter diese Behandlungen zu machen. Und das war sehr angenehm. Und da kann ich nur vielen herzlichen Dank sagen an das Personal und an die Ärzte der Denta Prime Klinik. Das war sehr schön. Jetzt kann ich wieder lächeln und kann wieder irgendwie offener auf die Menschen zugehen und fröhlicher. Und ich muss mir keine Gedanken mehr über meinen Zustand der Zähne machen. Und das ist sehr, sehr positiv für mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.